Du suchst nach geheimen Funktionen, die dich in Pokémon Unite besser machen? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Stefan Fuchs und ich zeige dir heute ein paar richtig nice und geheime Funktionen, die die meisten Spieler bisher noch nicht gefunden haben. Los geht's! Zu den versteckten Funktionen kommst du, wenn du im Hauptmenü auf die X-Taste drückst und hier im Menü einfach auf den untersten Punkt Settings gehst. Die erste nützliche Funktion befindet sich im Bereich System Settings. Hier kannst du nämlich die Framerate anpassen. Das ist immer dann nützlich, wenn dein Internet nicht allzu schnell ist und du im Spiel Lacks bemerkst. Lacks erkennst du daran, dass du eine Taste drückst, zum Beispiel eine Fähigkeit ausführen möchtest, aber die Fähigkeit wird einfach nicht ausgeführt und dein Pokémon hängt immer gefühlt 1-2 Sekunden hinterher. Hier kann es helfen, wenn du die Framerate ein kleines bisschen nach unten packst. Low, Medium und High gibt's hier als unterschiedliche Optionen. Ich empfehle dir hier einfach mal auszuprobieren, ab wann die Lacks aufhören und ab wann es sich immer noch gut spielen lässt. Die nächste Funktion ist sicherlich nicht für alle Spieler notwendig, aber für einige kann es einen massiven Unterschied machen. Pokémon Unite bietet einen Farbenblind-Support an. Hier kannst du im Bereich System Settings einfach den Colorblind-Support an- und ausschalten. Je nachdem, was dir besser gefällt, für diejenigen, die an Farbenblindheit leiden, kann das einen extremen Unterschied machen und es viel einfacher gestalten, im Kampf den Überblick zu behalten. Aber auch wenn du nicht farbenblind bist, kann es sein, dass dir hier die Farbgestaltung mit dem Farbenblind-Modus besser gefällt, sodass ich hier auf jeden Fall empfehle, das zumindest mal auszuprobieren. Die nächste versteckte Funktion befindet sich im Bereich Controls. Hier kannst du nämlich die Advanced Controls einschalten, was ich absolut empfehle. Normalerweise ist das Spiel so eingestellt, dass du mit A immer irgendeinen Pokémon attackierst, egal ob es ein Gegner oder ein wildes Pokémon ist. Mit den Advanced Controls kannst du direkt einstellen, ob du ein gegnerisches Pokémon angreifen willst oder ein wildes Pokémon. Immer dann, wenn du A drückst, greifst du ein gegnerisches Teammitglied an und immer dann, wenn du B drückst, greifst du ein wildes Pokémon an. Das kann insbesondere bei Zapdos-Fights den Unterschied machen zwischen Sieg und Niederlage. Die nächste Funktion sollte meiner Meinung nach standardmäßig auch eingeschaltet sein. Keine Ahnung, warum das Nintendo nicht standardmäßig schon drin hat. Wenn du den Boosted Attack Gauge einschaltest, siehst du nämlich unter deiner Lebenspunkteanzeige, ob gerade eine Boosted Attack verfügbar ist. Sicherlich hast du schon gemerkt, dass die meisten Pokémon über eine Boosted Attack verfügen, so dass du hier nach einer bestimmten Anzahl von Auto-Attacks oder Basis-Attacken einfach eine verstärkte Form deiner Basis-Attacken erhältst, die am Gegner entweder mehr Schaden verursacht oder zusätzliche Effekte freischaltet, wie zum Beispiel, dass du bei Volnona den Gegner verlangsamst oder einfrieren kannst. Sobald du den Boosted Attack Gauge eingeschalten hast, siehst du dann hier eine orangene Anzeige, sobald eine aufgeladene Boosted Attack verfügbar ist. Dadurch kannst du zum Beispiel schon, während du auf die Lane läufst, deine Attacken verbrauchen, bis eine Boosted Attack verfügbar ist und die dann direkt aufsparen, um sie auf einen Gegner draufzuschleudern. Um den Unterschied zu verdeutlichen, schauen wir uns einfach mal ganz kurz Pikachu an. Hier macht eine ganz normale Auto-Attack 200 Schaden am Gegner, eine Boosted Auto-Attack macht hingegen über 600 Schaden am Gegner. Dadurch kann das hier schon den Unterschied machen zwischen einem gewonnenen oder einem verlorenen Fall. Jetzt kommen wir zu der Funktion, nach der ich am häufigsten gefragt werde, nämlich den Lock-On-Icon-Kreis. Wenn du den hier in den Einstellungen bei Controls einschaltest, erhältst du ingame diesen Kreis hier rechts und der ist dafür da, dass du einstellen kannst, welches Pokémon du fokussen möchtest. Vereinfacht gesagt bedeutet das, wenn du mitten im Teamfight bist, kannst du mit diesem Kreis einstellen, ob du den Squishy, also leicht besiegbaren ADC vom Gegner angreifen möchtest, eine Damage-Dealer oder ob du den Tank angreifen willst. Hier bietet es sich immer an, zuerst diejenigen, die Schaden machen, aber leicht zu besiegen sind, anzugreifen und erst danach sich auf die Tanks zu konzentrieren. Wenn du diese Funktion nicht eingeschalten hast, dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass du immer nur den Tank angreifst, weil der prozentuell die wenigsten Lebenspunkte hat. Im schlimmsten Fall sucht die Lock-On-Priority sogar dafür, dass du deinen Schaden auf alle Gegner verteilst und jeden Gegner Low-House aber keinen besiegen kannst. Wenn der Gegner jetzt hier mit richtigem Lock-On, mit richtigem Fokus spielt, dann hat der Gegner keine Probleme, dein Team komplett auszuwipen. Die nächste Funktion ist meiner Meinung nach reine Geschmackssache, dennoch finde ich, dass für einige Spieler diese Funktion wirklich einen krassen Unterschied machen kann. Du kannst nämlich einstellen bei Scoring-Controls im Bereich Controls, ob du den Knopf, also X-Knopf, halten möchtest, um ein Tor zu schießen oder ob du ihn nur einmal antippen möchtest. Beide Optionen haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Hier ist es reine Geschmackssache, für welche du dich entscheidest. Bei Hold-Button musst du die X-Taste gedrückt halten, um ein Tor zu schießen, kannst aber die X-Taste einfach loslassen und wegrennen, wenn sich der Gegner zeigt. Dadurch sparst du hier in kritischen Situationen so ein, zwei Millisekunden, die teilweise schon einen massiven Unterschied machen können. Entscheidest du dich hingegen für Press-Button, ist es natürlich so, dass du vereinfacht scoren kannst, indem du einfach nur einmal die Taste drücken musst und scorst so lange, bis entweder du abgebrochen wirst oder das Tor gelandet ist. Der Nachteil an der ganzen Sache ist aber natürlich, wenn du schnell wegrennen möchtest, musst du erst einmal das Scoring abbrechen, manuell, bevor du wegrennen kannst. Nichtsdestotrotz ist es hier so, dass jeder eine eigene Präferenz hat und wenn deine Präferenz eben der Press-Button ist, dann kannst du hiermit dein Spielen nochmal vereinfachen. Auch die nächste Funktion ist wieder reine Geschmackssache, wo jede Einstellung ihre Vor- und Nachteile hat. Beim Move Learning Control im Bereich Controls kannst du nämlich einstellen, ob du nur einen Knopf drücken möchtest, um eine neue Fähigkeit zu erlernen oder ob du eine Kombination aus Knöpfen drücken möchtest. Ein Knopf klingt hier natürlich immer einfacher und schneller und tatsächlich ist es das auch, um die Fähigkeit zu erlernen. Diese Option kann aber in einigen kritischen Situationen dazu führen, dass du vom Gegner überrascht wirst oder nicht vom Gegner fliehen kannst und besiegt wirst. Der einfache Grund dafür ist, dass du mit dem linken Stick davon rennst und aber theoretisch auch mit dem linken Daumen, der auf dem Stick sich befindet, auf die Richtungstasten drücken musst, um eine neue Attacke zu erlernen. Alternativ kannst du auch deine Hand total verkrampfen und dir am schlimmsten Fall Muskelverletzungen holen, indem du versuchst mit dem Zeigefinger, währenddem du rennst, irgendwie den Skill zu leveln. In genau solchen Situationen ist es praktisch, wenn du mit Button Combination die L-Taste gedrückt halten musst und dann mit Y oder X entscheiden kannst, welchen Skill du auflevelst. Das Ganze dauert dann ein ganz kleines bisschen länger. Mit etwas Übung ist das nicht mal eine Sekunde. Dafür hast du hier die Möglichkeit, ganz komfortabel dich auf der Map frei zu bewegen und gleichzeitig deine Attacken zu lernen. Der Nachteil daran ist natürlich, dass du deine L-Taste gedrückt halten musst, bevor du die Attacke lernen kannst oder verstärken kannst und das kann unter Umständen schon mal eine Sekunde dauern, die mitten im Kampf dann einen ganz schönen Nachteil bedeuten kann. Also auch hier probiere beide Varianten aus und entscheide dich für die, die dir am meisten liegt. Schlussendlich kommen wir zur Zielhilfe. Hier ist es sogar so, dass es vom Pokémon abhängig ist, dass du am liebsten spielst. Bei manchen Pokémon ist es einfacher, den Assistenten auszuschalten, bei anderen Pokémon ist es einfacher, den Assistenten einzuschalten. Aber was macht der Aim Assist jetzt ganz genau? Der vereinfacht ist, gegnerische Pokémon mit sogenannten Skillshots zu treffen. Das sind die Fähigkeiten, die nicht einfach nur gedrückt werden und treffen den Gegner, sondern in eine gezielte Richtung geschossen werden und da den Gegner erst mal treffen müssen. Hier ist es so, dass der Aim Assist dafür sorgt, dass du den Gegner an seiner aktuellen Position besser treffen kannst und schneller anvisieren kannst. Bei einigen Pokémon möchtest du aber nicht die aktuelle Position des Gegners anvisieren, sondern die Position, in die sich der Gegner bewegt, beziehungsweise eine Position, wo der Gegner garantiert nicht hingehen soll, um dort den Weg zu versperren. Letztendlich ist diese Funktion aber vor allem für diejenigen Spieler da, die noch wenig Erfahrung mit Skillshots und Mobas gesammelt haben, sodass ich dir hier empfehlen kann, wenn du schon etwas erfahrener bist, schalte diese Option immer aus. Wenn du noch nicht so viel Erfahrung im Spiel gesammelt hast, schau auf dein Pokémon und probiere aus, ob dir der Assist hilft oder nicht. Wenn dir der Assist hilft, dann lass ihn an. Wenn er dir nicht hilft, dann schalte ihn ruhig auch einmal aus. Diese acht versteckten Funktionen helfen dir dabei, dein Spiel in Pokémon Unite noch weiter zu verbessern und noch mehr Games zu gewinnen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solcher Tipps und Tricks sehen willst, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Dadurch verpasst du kein einziges Video rund um Pokémon Unite mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye!